Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bantleys Hackpack TM mit mir Zavex und in der letzten Folge haben wir uns an ein anderes Minispiel gesetzt und das tun wir heute genauso, denn diesmal kommt das Pio Pio Spiel, das andere Pio Pio Spiel dran mit dem krassen Super Bantley Baller Typen. Und ich bin gespannt, aber das Spiel kannst du, das ist doch schön. So, dann können wir dann direkt mit Aufgabe 1 loslegen und da die ersten Münzen ohne weitere Zügerung zu sammeln. Denn so viel gibt es noch sonst zu erzählen. So, schließe den Level ab, sammel alle 5 Slime Masken. Oh, das ist ja ganz neu. Sammel alle Ionen Bits. Äh, okay. Zerstöre keine Türme. Erziehe mindestens 200.000 Punkte. Keine Türme? Nicht die, die einen zurück angreifen, oder? Okay, die Steuerung läuft schön glatt. Äh, alle Sachen einsammeln. Äh, okay, das gibt Punkte. Und das sind die Ionen, Bitch. Oh, Gott. Wie soll man denn alles auf einmal machen? Okay. Ionen Bits, äh, vielleicht ein anderes Mal. Ich schammel jetzt lieber die Slime Masken. Und dann kann man immer nochmal sehen. Wie das so ist. Uh. Junge. Efe. Eh. Ich will da in die Ecke. Dankeschön. Oh, jetzt habe ich noch Türme ist zerstört. Hahaha. Egal. Dann, äh, sind schon mal zwei Sachen, äh, nicht für uns, äh, bestimmt. Wir können aber kräftig rumballern. Und die Slime Masken sind kein Problem für uns. Ist doch die erste Level. Die erste Level sollte ja auch allgemein kein Problem für uns sein. Oh. 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 Äh, okay. Yeah, geschafft. Double, double. Klingt auch sehr schnell, verhältnismäßig, zu den normalen Leveln. Hahaha. Oh, yeah. Jep, 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 jep. Ich habe Türme zerstört. Ich habe das schon gemerkt. Und ein weiteres Mal. Haben mich nicht alles eingesammelt. Was ja schade ist. Und, äh, nach dem Start geht's, äh, simpel los. So. So, so, so. Schließt die Level ab? Äh, sagen wir alle fünf Slime Masken. Hm, na, so gut. Das, äh, die ersten Sachen werden sich, glaube ich, immer wieder gleichen. Dann, äh, ist das einzige heute. Äh, schließt die Level auf höchster Stufe ab. Wenn man alle Ionenbits einsammeln will, sollte das, äh, sich ergeben. Hahaha. Uh. Jo, das war notwendig. Ey, bitte. Bandle. Bandle, Mann. Jep, jep, jep. Ah, no. Nee. Ah. Hey. Dingelt. Okay. Einsatz mit X. Das war wohl nix. Das ist, äh, wieder so traurig. Die Dinger geben aber Punkte ohne Ende. Die muss man wahrscheinlich bei manchen wirklich immer anschießen. Puh. Dummer Turmmann. Dummer Turmmann. Geh weg. Geh, geh nach Hause. So. So benutzt man Bomben. Das ist, glaube ich, elementar für die Kacke hier. Oh Gott. Warum treffe ich den nicht? Danke. Hey, oi, 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 oi. So. Voll durchzwaggeln. Denn nur mit dem richtigen Swag kommen wir richtig weiter. Uh. No Swag. We need you. We need you so much. Come on, Swaggy. We, we. Oh, aua. No. Achso, wir können die noch tatsächlich danach in einen einsammeln. War noch das rechtlich geschehen? Denn ja, dann ist das ja cool. Oh. All the points. All the points. Oh yeah. Geschafft. Das ist doch schön. Oh. Die Hektik. Oh. The Hektik. Bitte was? Ich habe doch niemals alle Ionenbits eingesammelt. Oder? Nein. Hä? 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 Das sind Ionenbits was anderes. Ich muss wissen. Jedenfalls haben wir ein paar Sachen freigeschaltet. Das ist doch erfolgreich. Dann können wir direkt mit Nummer drei loslegen. Und noch mehr freischalten. Oh yeah. Es geht los mit Bomben. Schließe in diesem Level mit zwei Bomben ab. Okay. Also, dass man direkt noch mit zwei Bomben ab... Achso, dass man am Ende zwei Bomben hat. Stufe eins. Stufe zwei. Lone Stufe. Schöne. Das kriegt man, wenn man Bomben einsetzt. Ah. Nonsense. Du frecher Pupsi-Tax. Oh wow. Oh wow. Schneller, schneller, Bettler. Oh, ist der Bettler. Oh, ist der Bettler. Oh, ist der Bettler. Oh, ist der Bettler. Stufe sechs. Ja, ja, ich bin sechs. Ich bin sechs. So, so. Das. Oh, das war gut. Oh wow. So many Bombs. Yeah. Das ist, äh, wow. Das ist, das macht voll fun. Das ist besser als, äh, original. Also, also in dem, äh, vierer Teil. Huh. Go away. Go away. Oh, die Bombenks. Oh, die Bombenks. Oh, wow, wow. Mehr Lasers. All the lasers. So, dann können wir diese Dinge hier super schnabbelieren. Oh, das, ob das jetzt nötig war, ich weiß nicht. Geh weg. Evil Schatty. Don't shoot on me. I'm, äh, I'm, äh, der, der, ich bin der Gute. Soviel zu mir. Und was sagt ihr so? Oh, das wird vertrafft. Oh, ist so der Zeit. Oh, da ist das andere. Ja. Garo. Ja, geschafft. Das rocken wir doch richtig gut. Ah, uh. Yeah. All the points. Yeah. High five. Yep, yep, yep. Dann haben wir eine Belohnung hier. Und den Start in Habe verhauen. Das ist doch, äh, nun ja. Kann man machen, äh, sollte man vielleicht nicht. Dann geht's direkt weiter mit Nummer 5, die, äh, die 4 wäre, aber, naja, das Bonusding ist die 4. Beende den Level mit voller Gesundheit. Boom. Okay, wir vergangen's. Dann machen wir mal Pew Pew. Erstmal, äh, Stufen erhöhen. Uuuhuuhu. Und das da. Definitiv Wackenswaggeln. Oh, oh. Oh, oh. Runter, 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 runter. So. Ich muss erwarten, dass man, äh, keine Heilung kriegt. Und. Das ist Wackenswaggeln. Das ist Wackenswaggeln. Diese Bomben-Dinger sind ja, äh, frech. Wuh. Ha. Ha. I need the bomb. I need the, oh, I need the bomb. Das war dumm. So dumb. Oh no, man. Just so no, man. Oh yeah, man. Oh no, man. Oh yeah, man. So old. Oh, ich muss mich so konzentrieren. Was? Ich mach, äh, ich mach, äh, siegen. Ganz klar gewinnen. Das ist, äh, meisterhaft spielen. Äh, wow. Huh. Junge. Punkte. So gut, die Punkte. Yeah, da war Heilung. Oh. No. Das ist das Ding. Oh, ich hab's geschafft. Das, äh, ich hab gar nicht gesehen, dass ich so viel Scheiden gemacht hab. Ich war voll, voll deep jetzt konzentriert gewesen. So, oh no. Und dann so, yeah. Und, ah. Naja, ich hatte am meisten, muss ich so geben, Angst vor diesen Mission. Aber jetzt so im Nachhinein. Laufen die jetzt grad derzeit irgendwie am besten? Das ist, äh, nun. Yeah, zwei Marken erhalten. Hui. Läuft das ziemlich gut. Na gut. Vier Schleifen ist das nächste, was wir so bewerkstelligen haben. Yeah. Mehr bewerkstelligen. Und ich hab dort schon mehr Punkte als in dem ganzen anderen da zusammen. Mal. Ja, ne. Und so. Motion Controlling. Sammle alle Megabits. Juhu. Okay, sollte kein Problem sein. Wir dürfen Schaden, äh, einstecken. Achso. Die muss man mehrfach anschießen. Ah, oh, ist ein Anschieß. So. Läuft. Okay. Oh, sie ist ein Ionen, Bitch. Stufe vier. Nein. Aua, 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 aua. Ich hab die Ionen, Bitch verloren. I lost all the Ionen, Bitch. Das ist natürlich doofy. Aber, äh, ne weitere Slime-Ausle. Die könnte man, äh, die kann man hier tatsächlich am leichtesten einsammeln. Das, äh, was ich ziemlich gut finde. Ich fand das ziemlich gut. Oh, oh. Yeah, ich bin Stufe zehn. Jetzt, jetzt rocken wir den ganzen, äh, Sheet hier weg. Uh. Uh. Ah, wie hart. Boom. Explosionen machen wir da. Das sieht man doch. Das sieht man doch eindeutig. Yeah, Punkte. So many points. Sollte man auch, äh, anziehen. Yeah. 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 We are in. In the ending. Ja, und, äh, nun. Was kann man da sonst noch zu sagen? Man, man, man geht da durch. Knallt alles ab. Kriegt nicht genug Punkte, weil... Was blöd ist. Oh. Oh, gut. Äh, das, das macht, äh, Zukunftsabex macht sich, äh, Gedanken darüber, wie wir das am besten machen mit den ganzen fehlenden Mützen, weil einfach die ganzen Level tausendmal spielen, äh, könnte das Ganze noch länger in die Länge ziehen. Das wollen wir ja nicht, und, äh, irgendwie werde ich da schon einen Weg finden, wie man das lösen kann, denn man sollte es auch noch irgendwie zeigen, und, äh, und hier, und, oh, da, und jetzt erstmal, Beweger. Beweger, nicht Kollegah. Hahaha. Ha. So, next mission. Was, äh, zerstöre 40 Feinde. Yep, yep, yep. Alles klärchen, Puppärchen. Let's fetz. Hahaha. Piu, piu. What? What? No. Not so fast. Ich, ich, befürchte, dass das später sehr schnell alles weht. Beziehungsweise, was schon später, wenn nicht schon jetzt. Äh, oh gut. Oh, nein. Yeah. So many Stufen. Äh, ganz viele Gegner besiegen. Ganz viele Gegner besiegen. So, oh, oh, wow. Äh, Gegner. Stirbt. Stirbt, Ölle. Wo ist der Gegner, Stoi? Wo ist der Gegner, Stoi? Oh, wow. Äh, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, ich hab keine Bomben mehr. Ich hab keine Bomben mehr. Ich hab Bomben. Hahaha. Jetzt hab ich, äh, ganz schön viele Ionenbits verpasst. Jedoch genug Punkte für die, äh, Punktzahl. Die hatte uns ja letztes Mal gefehlt. Und jetzt frage ich mich, jetzt hab ich ja definitiv nicht alle Ionenbits eingesammelt. Wenn ich denke, dass es Ionenbits sind. Und, ja. Hab ich dann auch nicht. Irgendwo hab ich eine Slime-Maske verpasst. Aber ich hab jetzt nicht gegnerbedeckt. Hahaha. Hahaha. Ha. Okay. Da hat man mal was gepasst. Und es gibt weitere drei Marken. Zubekommen. Und es geht weiter mit Schütteln. Schütteln. Was müssen wir hier in diesem Spiel schütteln? Und man hat eine Idee, was man so schütteln kann? Ich freue mich nicht. Ja, stehen wir schon bestimmt gleich. Äh, Zerstörer Zehntürme. Die müssen wir schütteln. Wir müssen Türme schütteln. Damit die aus ihrer Verankerung reichen. Und das wäre ein ganz, äh, wow. Geht weg, Mann. Äh, bitte. Danke. Achso, ja. Alle Türme, finde ich. Alle Türme, 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 Türme. All the points. Äh, okay. Weiter geht's. Weiter. Ah, Nosen. Snaggle. Äh, ich gehe hier lang. Wegen. Doch eindeutigen Beweggründen. Die ich habe, nämlich Türme. Und, äh, Schaden, den ich einstecken will. Ja, ich habe einmal in Sturme zu machen. Wow. Und jetzt da lang. Und hier. Oh, nein. Tumi. Also, Tumi. Äh, bitte. Etwas viel los hier. So. Jetzt, äh, schnabulieren wir uns noch eben die Maske. Ganz, äh, dringend. Sehr, 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 sehr. Äh, wirklich, äh, das brauchen wir wirklich. Boom. Präventiv-Booms. Wenn Präventiv-Booms ist... Oh, Punkte, 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 Punkte. Sind wichtig. Äh, Punkte sind notwendig für die Existenzo. Äh, wow. Hier fliegt was in die Luft. Definitiv. So. Punkte. Komm schon. Oh, mehr Punkte. Oh, mehr Punkte. Äh, so geht das auch. Äh. Da geht's hinfalls... Oh, warum geht's da nicht weiter? Ist aber frech. Hier fach ich, Dexi. Nee, der Turm. Der Turm ist auf der anderen Seite. No. Ich hab Punkte verloren. Oh, ich hab Punkte. Ich hab Punkte. Oh, 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 oh. Was? Das ist ja fies, wenn man keinen Turm hat. Und das ist, äh, auch sehr fies. Bitte was? So. Aber wir können hier Punkte einsammeln. Und ich glaub, wir haben definitiv genug Punkte. Jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir... Warte. So. Aktiviert. Den Turm auch kaputt gemacht. Desaktiviert. Und zack-si-bum-si. Gehen wir durchs Türchen und gucken, was das uns alles so gebracht hat. Jap, jap, jap. Yeah. Das läuft doch fast so gut wie gar nichts. Yeah. Fast alles. Ion-Bits sagen nein. Ja, ja. So. Dann nehmen wir 10. Schlange. Und dann machen wir mal die Schlange. Den Snake. Snakey-toe. Yeah. Alle Mega-Bits. Okidoki. Jetzt hab ich gar nicht gesehen, wie viele Punkte. Das ist, äh... Nicht so cool. Aber... Gut, wir kriegen ja wahrscheinlich eh nicht alles. Traurigerweise. Nicht. Ah. Snaggle. Snaggle-waggle. Oh, was ist denn das denn? Das ist, äh... Oh Gott, oh Gott. Dann machen wir das so. Und zack sind wir, äh... Oh. Nein. Mr. 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 Maske. Mr. Mr. Maske. Oh, wow. Das ist noch so cool. Yes, das ist aber wieder cool. Das ist wieder cool. Oh, oh. So many... Ion. So many Ion. Boom. Oh, noch mehr Ion. Ja, oh Gott. Wenn man einmal wahrscheinlich zu oft getroffen... wird... hat man... hat man... hat man... noch ein... mühcheres Problemchen... an den Backen. Ganz, äh... definitiv. Na... geht weg, ihr... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Swaggle. Oh, es ist Swaggle. Oh, es ist Swaggle. Oh Gott. Geh weg. Mach dich wieder kleiner. Bitte. Nein. Oh, jetzt verpasse ich die noch. Jetzt verpasse ich die tatsächlich noch. Und cool. Soll ich denn so schnell auf die andere Seite kommen? So. So. Definitiv so. So geht man definitiv schnell auf die andere Seite. Oh, wow. Die Tauers. Die Tauers. Die Fenden. Ah. So. Aber mit einer schönen Bombe sollte das doch wirklich, äh... fast gut gelaufen haben. Aber alle Ion-Bits einzusammeln, das ist, äh, wirklich krass. Das ist, äh, ja. Jap, jap, jap. Wirklich krass. Sieht man auch hier. Aber ansonsten besitzen wir alles. So, was man haben kann. Das ist schön. Das ist, äh, wunderschön. Und ich würd sagen, das war's auch fürs Erste von Bantneys Hackpack TM. Mit mir, Zabekse. Ich hoffe, es hat uns soweit gefallen. Wenn ja, schaltet auch in der nächsten Folge ein. Und dann sammeln wir bestimmt noch weitere Münzen ein. Und irgendwann auch noch alle Münzen, die uns fehlen. Und wie das uns so weitergeht. Und noch vieles mehr. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Alles klar. Ich bin Zabekse und ich bin raus. Ciao.